Tja, klar, irgendwo müssen die Fahrzeuge ja geladen werden. Wenn wir das richtig machen, reichen 100.000 bis 250.000 Ladepunkte völlig aus. Also, dass man hier aufs Radmieter verzichtet, das wird sicherlich viele von euch auch freuen. Die Kirche im Dorf lassen soll und bei diesen ganzen Messgeschichten mal ein bisschen lockerer werden soll. Ein längeres Video, ja, also falls es euch, ich habe noch nicht gesagt, dass ich mich auf 10 Minuten beschränken will, das geht gar nicht. Er sieht es überhaupt nicht ein, warum die Gemeinde dafür zuständig sein soll. Es gibt eben nicht die Elektromobilitätstankstelle, die irgendwie alles abdeckt. Das wird nicht funktionieren. Kostet, dauert. Ja, hallo, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht in diesem Video ganz speziell mal wieder um das Thema Ladeinfrastruktur. Und es gibt neue Informationen dazu. Und wenn ihr daran interessiert seid, bleibt unbedingt dran. Das wird wirklich spannend. Viel Spaß dabei. Ja, dieses Video richtet sich an alle von euch, die sich mit dem Thema Ladeinfrastruktur auseinandersetzen. Das ist im Prinzip also fast zwangsläufig jeder von euch, der schon ein Elektroauto oder ein anderes Elektrofahrzeug hat. Vorzugswahrscheinlich ein Elektrofahrzeug auf vier Rädern oder auf drei Rädern. Bei den anderen, bei den zwei Rädern kann man ja häufig den Akku rausnehmen und es gegebenenfalls auch zu Hause laden. Das ist also dann eher ein geringeres Problem. Vielleicht eher, wenn man unterwegs ist. Aber auch natürlich an alle, die sich für den Kauf eines Elektrofahrzeugs interessieren. Denn ihr kennt das alle, das ist immer irgendwie das Thema, wo und wie lade ich denn eigentlich dann dieses Fahrzeug, wenn ich es denn dann erstmal habe. Ja, es hat anscheinend leider erst einen Krieg gebraucht, eh das Thema Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien, alles was damit zusammenhängt, anscheinend so richtig bei allen irgendwie angekommen ist. Also die endliche Reichweite fossiler Kraftstoffe, Energieträger, auch das Klima hat nicht gereicht, auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hatte irgendwie nicht diesen Impact, wie jetzt dieser furchtbare Krieg, der dort in der Ukraine geführt wird. Und ja, in dem Zusammenhang geht es eben auch bei dem ganzen Thema Ladeinfrastruktur jetzt wirklich richtig weiter. Und ich möchte euch in diesem Video zwei Positionspapiere, das sind eigentlich drei Positionspapiere vorstellen, die alle etwas miteinander zu tun haben. Die ersten beiden beziehen sich auf die Planungen vom Bundesministerium für Verkehr und Digitales oder Digitales und Verkehr. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Die planen nämlich einen Masterplan Ladeinfrastruktur 2.0 und dann gibt es dazu noch ein Papier aus der deutschen Wohnungswirtschaft und alles hängt natürlich miteinander zusammen. Denn klar, es geht letztlich darum, wo und wie wir in Zukunft unsere Elektrofahrzeuge hoffentlich noch besser und einfacher laden, als das bisher der Fall ist. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir legen mal los. Und zwar habe ich als erstes für euch hier mal eingeblendet die Webseite vom Umweltbundesamt. Und zwar geht es hier um die Information, die neulich rausgekommen ist, nämlich wie sieht es eigentlich mit den CO2-Emissionen in Deutschland im Jahre 2021 aus? Und ihr habt sicherlich die Informationen gehört, nämlich die Treibhausgasemissionen sind angestiegen und natürlich auch im Verkehrsbereich. Das ist ja sowieso das ganz große Sorgenkind, was wir haben. Und hier könnt ihr mal sehen, nämlich die Treibhausgasemissionen liegen im Moment im Verkehrsbereich 1,2 Prozent über dem Wert von 2020. Das sind also drei Millionen Tonnen drüber. Und das heißt, im Verkehrsbereich muss tatsächlich endlich was passieren. Ganz besonders interessant ist hier, dass hier explizit der Güterverkehr angesprochen wird, dessen Niveau also auch schon wieder überhalb von 2019 liegt. Der Verkehrsbereich ist noch ein bisschen drunter unter den Werten von 2019. Aber es ist keine Frage, wenn hier nicht krass was passiert, dann werden wir diese Werte auch weiterhin übersteigen. Und laut Klimaschutzgesetz ist es ja so, dass die einzelnen Ministerien für ihre zugeordneten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Und deswegen wird hier eine ganze Menge passieren. Und was da passieren kann oder was da passieren sollte, dazu haben sich jetzt verschiedene Stakeholder geoutet, beziehungsweise dazu auch schon Positionspapiere und Forderungen veröffentlicht. Und wir fangen mal an mit dem Positionspapier hier vom VDA, dem Verband der Automobilindustrie. Ein Verband, bei dem man ja noch vor einigen Jahren gar nicht so richtig sicher war, ob sie überhaupt irgendwie Lust auf Elektromobilität haben. Und tatsächlich war es so, dass hier also auch sehr kritische Stimmen immer wieder gekommen sind. Das Ganze hat sich jetzt doch irgendwie so ein bisschen bewegt, ein bisschen verändert. Die stehen sicherlich auch so ein bisschen in der Zwickmühle zwischen dem, was eigentlich nötig ist und dem, was ihnen halt die Hersteller ins Ohr flüstern. Aber lasst uns mal hier in dieses Positionspapier reingucken. Es geht also um ein Positionspapier zu diesem geplanten Masterplan Ladeinfrastruktur 2.0, das, wie gesagt, vom Bundesministerium für DV, Digitales und Verkehr ausgearbeitet wird, kommen soll, wie auch immer. Und hier steht ganz klar Empfehlungen der Automobilindustrie. Ja, also das ist wahrscheinlich das, was früher so ein bisschen in Hinterzimmern besprochen wurde. Jetzt hier offen. Und schauen wir mal rein. Ich habe das Papier durchgeguckt. Das sind neun Seiten. Wie immer bei diesen Walkthroughs, das kennt ihr schon von uns hier auf dem Kanal, konzentrieren wir uns ein bisschen auf das, was für uns als Privatnutzer ganz besonders wichtig ist. Das heißt, bestimmte Dinge überspringen wir immer. Wir verlinken natürlich alles. Das heißt, ihr könnt in den Shownotes, findet ihr die Links und könnt euch entsprechend die Positionspapiere und all diese ganzen Dinge, die wir hier sprechen, auch nochmal in aller Ruhe angucken. Okay, den Hintergrund, den überspringen wir. Es geht natürlich logischerweise um das Thema Klimaschutz, wie man die entsprechenden Ziele erreichen kann und die Empfehlungen fangen an. Die Empfehlungen hier in diesem Positionspapier beziehen sich auf verschiedene Ebenen und wir fangen mal hier an. Es geht hier los mit der Planung auf der Bundesebene, was also der VDA, dem Bund praktisch sagt, hey, so stellen wir uns das vor, so könnte das weitergehen. Punkt Nummer 1. Der VDA empfiehlt also, dass die nationale Leitstelle der Ladeinfrastruktur weitergeführt wird, dass sie also praktisch ihre Aufgaben, die hauptsächlich im Bereich Bedarfsanalyseplanung, Monitoring und Vorgaben sind, weiter entsprechend ausbaut und dass es zu weiteren ressortübergreifenden Vernetzungen kommt. Dann empfiehlt der VDA die Einrichtung eines halbjährlichen Ladegipfels zur Bestandaufnahme und Steuerung von Maßnahmen hier im Bereich von Ladeinfrastruktur. Der Punkt, den wir natürlich alle auch schon immer wieder gefordert haben und gesagt haben, es kann nicht sein, dass die Ladeinfrastruktur dem Hochlauf und dem Marktgeschehen hinterherläuft, ist nämlich, dass die Ladeinfrastruktur immer schon ein bisschen voraus sein muss. Und das fordert auch jetzt der VDA, also ein vorauseilender Aufbau der Ladeinfrastruktur. Eine Million Ladepunkte, dieser Wert, eine Million Ladepunkte, merkt euch das mal, denn nachher kommen wir zu einem Positionspapier von einem anderen Verband. Die sehen das ein bisschen anders, werden hier gefordert und es muss also immer sozusagen zwei Jahre im Voraus die Ladeinfrastruktur schon vorhanden sein. Insbesondere unter Berücksichtigung von Hochleistungsladeinfrastruktur für elektrisch betriebene LKW. Das finde ich schon mal sehr spannend. Achtet mal darauf, wie oft in diesem Papier und auch in dem anderen der Begriff elektrischer Güterverkehr kommt und wie oft der Begriff wasserstoffbasierter Güterverkehr kommt. Einfach mal darauf achten. Dann fordern sie eine ausreichende und vorauseilende Anzahl von Ladepunkten pro Ladeort mit wachsender Anzahl der Elektrofahrzeuge. Und das bedeutet natürlich, dass das, was wir früher hatten, nach dem Motto, wir lassen uns feiern, wenn irgendwo eine Ladestation mit ein oder zwei Punkten aufgebaut wird, das Thema ist vom Tisch. Wir brauchen hier deutlich mehr. Das ist aber klar, das wissen wir alle. Behandlung, Privilegierung, Beschleunigung, Ladeinfrastruktur, insbesondere auch hier wieder für LKWs wird gefordert. Entbürokratisierung beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Also das heißt, so wie wir jetzt planen, so wie jetzt geplant ist, den Ausbau der erneuerbaren Energien durch Entbürokratisierung zu vereinfachen, so soll das auch bei der Ladeinfrastruktur gehen. Gute Forderung aus meiner Sicht, gar keine Frage. Dann bedarfsgerechte Aufbau, Ladeleistung entsprechend dem Anwendungsfall, hohe Ladeleistungen vor allem an den Fernstraßen, Berücksichtigung von Langzeitparken mit geringer Ladeleistung. Aha, auch darüber haben wir schon hunderttausendmal gesprochen, dass man nicht an jedem Parkplatz einen DC-Lader haben will, auch wenn das immer noch manche der Meinung sind, dass das die ideale Lösung ist. Das ist sie eben nicht. Es gibt eben nicht die Elektromobilitätstankstelle, die irgendwie alles abdeckt, sondern wir brauchen dieses wohnortnahe Laden mit geringen Geschwindigkeiten. Aber langsames Laden auch zum Beispiel an Flughäfen, wo die Autos im Prinzip schon fast mit dem Klingeldraht geladen werden könnten, weil so viel Zeit vorhanden ist. An Messen, Park-and-Ride-Parkplätze und auch zum Beispiel Langzeitmieten, also wo man sich Parkplätze, wo man die Autos also längere Zeit abstellt. Das finde ich also gut, dass das hier aufgenommen wurde. Stärkere Berücksichtigung bei der Planung von Ladeinfrastruktur in Quartieren, das heißt also das Denken, das Quartiersmäßige Denken, nicht mehr das Stadtweite oder das Stadtteilweite Denken, sondern eben wirklich Quartiers und vielleicht sogar bis runter auf die Straße denken, wie, was brauchen wir hier an der Stelle. Verlässliche, kurzzeitige, komfortable Erreichbarkeit von Ladepunkten und eine gute Flächenabdeckung. Klar, das kennen wir auch schon aus dem Deutschlandnetz zum Beispiel. Also keiner soll, was weiß ich, ich denke mir jetzt mal eine Zahl aus, weiter als 300 Meter bis zur nächsten Ladestation laufen müssen. Das finde ich auch eine vernünftige Sache, aber das ist letztlich klar und jeder, der elektromobil unterwegs ist, der weiß das natürlich auch. So, dann kommen wir auf die kommunale Ebene. Das ist auch etwas, was mich persönlich sehr interessiert, weil ich ja hier so ein bisschen in unserer Kommune auch so ein bisschen mittätig bin und ein bisschen beratend tätig bin. Hier also unter anderem Festlegung und rechtliche Verankerung kommunaler Verantwortung für die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur für Bürgerinnen und Bürger ohne eigenen Stellplatz. Aha, das finde ich interessant, denn zum Beispiel bei uns in der Gemeinde hat der Bürgermeister noch vor einigen Jahren gesagt, wir sind dafür gar nicht zuständig. Er sieht es überhaupt nicht ein, warum die Gemeinde dafür zuständig sein soll. Quatsch, ne? Kommunen oder Städte haben eine Daseinsvorsorge und müssen sich auch darum kümmern, weil es ist eben nicht sichergestellt, dass das die Privatwirtschaft macht. So, dann habe ich noch angekreuzt bzw. markiert schnelle Genehmigungen. Ihr könnt ja auch mal zählen, wie oft schnelle Genehmigungen vorkommen. Kommunale Initiativen zur Flächenbereitstellung. Das heißt also, die Kommunen müssen jetzt also auch mal aus dem Knick kommen und zum Beispiel über das Flächentool ihre Flächen melden, die sie zur Verfügung stellen können. Das haben viele Kommunen auch schon gemacht, aber da ist bestimmt auch noch entsprechend Luft drin. Und ein stärkerer Beitrag der Ladeinfrastruktur bei der Energieversorgung in der kommunalen Verantwortung. Das heißt also, das ganze Thema lokale Erzeugung von erneuerbarer Energie, zum Beispiel durch PV-Anlagen oder Wind, was auch immer bei euch zur Verfügung steht in der Kommune. Und die Ladeinfrastruktur, das alles muss gemeinsam gedacht werden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da gab es mal einen Fachbegriff für, stimmt, Sektorkopplung hat man das genannt, hat man aber auch nicht erst gestern erfunden. Nun gut, europäische Ebene, da habe ich mir jetzt mal nichts für euch angekreuzt, dafür aber im Bereich der Förderung. Und das mag auch wieder für viele interessant sein, nämlich, Achtung, aufgepasst, das KfW-Programm 440. Ihr erinnert euch, das ist das Ladeprogramm oder das Förderprogramm gewesen für den Aufbau von privat genutzten Wallboxen. Soll wieder aufgelegt werden, weil es eben ein sehr erfolgreiches Modell war. Aha, davon hören wir nachher auch noch ein bisschen mehr. Förderung von Smart Charging, sowohl im Hausenergie-Ökosystem als auch bei spezifischen Schnellladefällen. Ja, also Smart Charging hiermit ist also gemeint zeitversetztes Laden, bidirektionales Laden. Finde ich alles große Klasse. Haben wir auch schon oftmals drüber gesprochen. Gut, dass es jetzt hier endlich Einzug findet, dass es eben wirklich Sinn macht, das zeitversetzte Laden zu fördern, beziehungsweise es eben so entsprechend auch automatisch steuern zu lassen. Und auch endlich beim Thema bidirektionalem Laden mal den Hebel umzulegen. Denn es ist natürlich totaler Unfug, wenn wir darüber reden, dass Verteilnetze zu schwach sind. Wenn da aber schon 20 E-Autos stehen, die alle auch mal dafür mitgenutzt werden könnten, Energie ins Netz zurückzuspeisen. Vielleicht senkt das auch ein bisschen die Probleme. Dann Förderung von Ladeinfrastruktur in Wohneigentumsgemeinschaften unter Berücksichtigung hoher Initialkosten. Das ist richtig. Ladeinfrastruktur zu schaffen in Tiefgaragen, wie auch immer, für 30, 40, 60 Fahrzeuge kostet Geld. Und hier soll es anscheinend also eine Art Förderung oder irgend sowas geben. Installationsbefähigung in Verbindung mit dem Hausenergiesystem. Dazu bleibt dran, wenn ihr dazu zum Thema Wohnen, Wohnungswirtschaft, wie die Ladeinfrastruktur planen, das kommt nämlich auch noch. Das wird übrigens ein längeres Video. Also falls es euch, ich habe noch nicht gesagt, dass ich mich auf 10 Minuten beschränken will, das geht gar nicht. Ich glaube, wir werden eher so eine halbe Stunde hier miteinander zubringen. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr das Video jetzt anhalten. Holt euch ein bisschen Popcorn, Gemüsesticks, was ordentliches zu trinken. Das Ganze wird hier noch einen Augenblick dauern, aber ich verspreche euch, es geht der Schlag auf Schlag weiter. Okay. Ja, Mittelbereitstellung für Bundes- und Kommunalebene ist klar. Ja, so, dann nutzfahrzeugspezifische Förderung. Ein Deutschlandnetz für LKWs. Wow. Hatte ich eben schon angesprochen. Finde ich ganz, ganz hervorragend, dass wir jetzt endlich mal in diesen Papieren davon tatsächlich lesen und hören, dass jetzt für den Gütertransport ein Schnellladenetz aufgebaut werden soll und dass es anscheinend jetzt schon vielleicht intern tatsächlich so eine Art Festlegung gibt nach dem Motto mit den Wasserstoff-LKWs, das wird nichts. Das machen wir batterieelektrisch, aber dafür braucht man natürlich jetzt ein entsprechendes Hochleistungsschnellladenetz, was sicherlich nochmal eine Spur leistungsfähiger sein muss als das, was wir jetzt bezüglich PKWs sehen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir dann hier Charger haben mit 1 bis 2 Megawatt Leistung pro Ladepunkt und das bedeutet natürlich wieder hinsichtlich der Netzanbindung völlig neue Herausforderungen, aber wir müssen das jetzt angehen. Diese Krise, die wir im Moment haben, die Situation, die wir im Moment haben, die zeigt ja, dass es auch im Güterverkehr mit fossilen Kraftstoffen nicht weitergehen wird und wahrscheinlich kommt man jetzt vielleicht auch mal langsam auf den Trichter und stellt fest, naja, wenn wir für Wasserstoff ungefähr 2 bis 3 mal so viel erneuerbare Energien brauchen, dann ist das Quatsch und wenn wir für E-Fuels 4 bis 5 mal so viel Energie brauchen, dann ist das noch Quatsch hoch 2, also lasst es uns bitte gleich mit Strom machen, das ist eben einfach das Effizienteste. Gut, also jagt euch das mal Hochleistungsnadeletz für LKWs, finde ich klasse. Nur zur Orientierung habe ich auch mal übersprungen, Energiewirtschaft. Die Energiewirtschaft muss also die Ladebedarfsplanung für Pkw und Lkw in die Netzbedarfsplanung aufnehmen. Wunderbar, alles was jetzt neu gemacht wird, muss Stichwort Sektorkopplung, all dies mitdenken. Es reicht eben nicht mehr einfach nur in Richtung Wohnung irgendwie zu denken, sondern es muss jetzt gleich Mobilität heizen, all das mitgedacht werden, um die Netze entsprechend gleich von Anfang an fit zu machen bzw. sie nachzusteuern. Anreize für flexibles Laden, Entladen von Fahrzeugen durch variable Tarife, hatten wir schon, wunderbar, Zustimmung, können wir einen Check hinten machen und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, hatte ich euch ja vorhin gesagt, zählt mal mit, wie oft das kommt, ja, hurra, wir sind in Deutschland. Okay, also das war der VDA, der sich dazu geäußert hat, jetzt hier noch der Punkt Netzintegration von Elektrofahrzeugen, jetzt kommt wieder die Forderung nach dynamischen Netzentgelten zur Vermeidung von Lastspitzen und Ausgleich von erneuerbaren Energien, Einspeisespitzen durch lokale Flexibilität, haben wir schon oftmals gesagt, warum tun wir das nicht endlich? Schaffung von lokalmarktbasierten Flexibilitätsmärkten zur Optimierung der Verteilnetze, das ist im Prinzip das Gleiche, nur auf lokaler Ebene. Dann hier unten mobiles Speichern am Regelenergiemarkt, also lasst uns doch endlich bitte Heimspeicher und PKW-Speicher in diesen Bereich der Regelenergie mit überführen, Batterien sind das Beste, was man dafür haben kann, Schaffung von Rechtsrahmen für bidirektionales Laden, also, ihr merkt, und Festlegung von Messkonzepten mit Augenmaß, das heißt also ganz einfach, dass man jetzt irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen soll und bei diesen ganzen Messgeschichten mal ein bisschen lockerer werden soll und Lade- und Einspeisevorgänge für die Lade- und Einspeisevorgänge von bidirektionalem Laden, also, dass man hier auf Smart Meter verzichtet, das wird sicherlich viele von euch auch freuen, das mal hier zu lesen. Also, ihr merkt, da ist viel Gutes dabei und wir gucken jetzt mal gleich weiter, was der BDEW dazu sagt. Der BDEW, den haben wir hier ja auch öfter schon mal im Programm sozusagen gehabt mit seinen Positionspapieren, Forderungen und Aussagen, die sind da sehr emsig, was ich aber auch gut finde. Die haben auch ein Positionspapier dazu rausgebracht. Hier steht jetzt auch, Forderungen des BDEW zum Masterplan Ladeinfrastruktur, das heißt, die bringen sich alle hier schon mal in Stellung. Ja, die haben davon gehört, ah, okay, da wird im Ministerium was Neues aufgestellt, dann werden wir mal gleich unsere Forderungen raushauen. Aber beim VDR haben wir gesehen, da waren auch schon ganz gute Sachen dabei, meiner Meinung nach. So, was hat jetzt der BDEW, was sagt der BDEW dazu? Auch hier lassen wir die Einleitung einfach mal weg, weil das ist irgendwie immer das Gleiche. Was sagt also der BDEW? Der Bedarf an öffentlicher Ladeinfrastruktur ist ein Moving Target. Das finde ich ganz gut, denn der BDEW kritisiert nämlich klar und deutlich diese Forderung nach einer Million Ladepunkte und sagt, wenn wir das richtig machen, reichen 100.000 bis 250.000 öffentliche Ladepunkte völlig aus, wenn man die bedarfsgerecht und auch plant. Und damit werden sie dann auch volkswirtschaftlich effizient. Sehe ich eigentlich auch so. Es macht wenig Sinn, sich an irgendwelchen Zahlen festzuhalten. Wir müssen aber einfach immer wieder gucken, es wird da nicht eine Punktlandung geben, das ist klar. Und ob es jetzt dann 250.000, 300.000 oder vielleicht eine Million ist, das wissen wir heute noch nicht. Wichtig ist hierfür, die orientieren sich an der Zahl 15 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2030. Aber ob es dabei bleiben wird, ist halt die Frage. Gut. Sie kritisieren also dieses eine Million Ladepunktziel der Bundesregierung, sagen aber eben auch klar, der Markt ist willens und bereit, für 15 Millionen vollelektrische Pkw eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur zu errichten und zu betreiben. Wie gesagt, wird es dabei bleiben, das wissen wir nicht. Hier steht auch 15 Millionen vollelektrische Pkw. Da werden ja auch in den nächsten Jahren sicherlich auch noch ein paar Plug-in-Hybride irgendwie dazukommen. Also reden wir vielleicht irgendwann von 20 oder 25 Millionen Fahrzeugen mit einem Stecker. Da ist schon noch was zu machen und vielleicht wird es ja auch noch deutlich mehr werden. So, was wird also konkret gefordert? Eine zweijährige Aktualisierung der Cleanroom-Gespräche mit der Automobilindustrie. Für alle von euch, die sich darunter nichts vorstellen können, was ein Cleanroom-Gespräch ist, das ist im Prinzip, das sind, sagen wir mal, ist der Austausch mit der Automobilindustrie in abhörsicheren Räumen. Also, dass man sich wirklich unterhält und die sagen, was planen wir und was kommt und was brauchen wir und die anderen hören aufmerksam zu. Und es ist vorher vereinbart, dass nichts darüber nach außen dringt und das kann auch technisch nicht irgendwie nachverfolgt werden. Also man unterhält sich sozusagen face-to-face, um einfach mal zu hören. Und es gibt die Zusagen, dass man das, was man beispielsweise von VW hört, eben nicht an BMW weitergibt und das, was Daimler sagt, nicht an Audi weitergibt, sondern das sind sehr individuelle Gespräche, sagen wir mal so. Aber die sind halt wichtig und so geht es hier weiter, um die Ergebnisse einfließen zu lassen in den Ausbau, in die Planung, in die Ausbauplanung für die Ladeinfrastruktur. Komplett richtig. Also man muss einfach auch wissen, was planen da eigentlich die Hersteller technisch vom Volumen her und was für Modelle kommen eigentlich dazu. Dann geht es hier um das Thema Regulierungsrahmen für Ladeinfrastruktur. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass 2014, 2015 die Geschichte mit dem Eichrecht irgendwie losging und dass in Folge unheimlich viele Ladestationen umgebaut werden mussten. Manche wurden auch praktisch gleich stillgelegt, weil man gesagt hat, das können wir hier sowieso nicht mehr nachrüsten, denn Neubau, der lohnt sich irgendwie nicht. Und interessant ist, dass wir das ja an einigen Ladestationen heute noch sehen, dass die noch nicht eichrechtlich umgebaut wurden. Das heißt, da ist dieser Umbau sogar noch am Machen. Und jetzt sagt der BDIW, und das kann ich auch absolut verstehen, dass man sagt, es hat keinen Sinn, hier ständig irgendwelche neuen Sachen in den Markt zu bringen, die dann wieder nachgerüstet werden müssen. Ihr müsst jetzt bitte mal einen Investitionsrahmen schaffen, der diese ganzen Unsicherheiten beiseite räumt. Das heißt also, verlässliche Rahmenbedingungen für den Aufbau der Ladeinfrastruktur sind absolut unerlässlich. Keine Frage. Die Maxime muss hier gelten, weniger ist mehr. Und natürlich die Genehmigungen müssen beschleunigt werden und das ganze Geschehen muss entbürokratisiert werden. Hatten wir heute schon öfter mal. Keine Frage, warum. Da sind wir in Deutschland ja absolute Weltmeister. Das nächste finde ich auch unheimlich spannend. Wir haben oft in dem Kanal auch schon gesagt, dass laut Energiewirtschaftsgesetz die Ladesäule beim Ladevorgang der Letztverbraucher ist, weil da ist der Zähler eingebaut. Und das bringt Schwierigkeiten mit sich. Das macht vielleicht den Aufbau der Ladesäule einfacher, aber für die Nutzer bringt es Nachteile, weil zum Beispiel die Betreiber von Ladesäulen das nicht poolen können. Sie können also nicht sagen, ich kaufe den Strom gleich für x 100 Ladestationen ein und kriege den deswegen weniger, sondern sie müssen das für jede Ladesäule irgendwie einzeln machen, was natürlich Skalierungsvorteile irgendwie zunichte macht. Und ich bin jetzt kein Jurist, aber wenn ich hier lese, Letztverbraucher ist jede natürliche oder juristische Person, die Strom verbraucht, der Strombezug der Ladepunkte für Elektromobile und der Strombezug für Landstromanlagen steht dem Letztverbraucher gleich, dann bedeutet das für mich, wenn ich es richtig lese, dass das geändert werden soll und jetzt das Auto der Letztverbraucher wird. Und damit könnte natürlich sich auch in der Preisgestaltung in Folge einiges ändern. Das ist interessant, da muss man dranbleiben, was da passiert. So, dann haben wir hier nochmal einen Abschnitt über die Erhöhung der Verfügbarkeit von Flächen. Das deckt sich im Prinzip mit dem, was auch der VDA gefordert hat, also mehr Flächen zur Verfügung stellen, das ganze in das Flächentool einzutragen, einfach Platz zu schaffen und Plätze auszuweisen für den Aufbau von Ladeinfrastruktur. Dann finde ich auch sehr spannend, einen neuen Begriff, den ich auch noch nicht so kannte, nämlich Genehmigungsprozesse müssen e-Mobility-ready gemacht werden. Das heißt, wenn immer irgendwo etwas, sage ich jetzt mal vereinfacht, gebaut, gemacht werden soll, dann muss das alles e-Mobil-ready sein. Damit sowas nicht passiert, wie in meiner Kommune, nämlich, dass man da vorne einen Parkplatz baut für, ich glaube, 170 Parkplätze, keine Leerrohre verlegt, obwohl wir sie darauf hingewiesen haben, irgendwo eine Ladesäule hinbaut und der Meinung ist, dann war es, wir sind fertig. Also da gibt es keine Solarüberdachung, da gibt es keine Leerrohre für Ladestationen, da gibt es überhaupt nichts dafür, da ist einfach nur eine Fläche betoniert worden. Und das ist natürlich absolut der Unfug, weil letztlich auch als dieser Parkplatz gebaut wurde, schon klar war, da passiert was. Aber wenn man eben, wie gesagt, nicht elektrisch mobil ist und sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, dann muss es gesetzlich kommen. Also hier eine Immobil-ready-Vorgabe. Standardisierung, also Genehmigungsverfahren sollen standardisiert werden, zum Beispiel beim Betrieb oder hinsichtlich von Autobahnen, aber natürlich auch bis runter auf die Kommunen, muss das alles irgendwie standardisiert und vereinfacht werden. Es soll Best-Practice-Beispiele geben für kommunale Genehmigungsprozesse, dass man sich also angucken kann, Mensch, meine Nachbargemeinde, wie hat es denn die gemacht? Super, das gucke ich mir mal an, dann brauche ich nicht denn das Rad neu zu erfinden. Dann auch hier steht Bewusstseinsschaffung bei Städten und Gemeinden für anstehende Genehmigungsbedarfe im Bereich E-Mobilität, also Elektromobilität einfach immer mitdenken, Digitalisierung und Teilautomatisierung der Antrags- und Genehmigungsprozesse. Also ihr merkt, die Dinge wiederholen sich, das sind immer mehr oder weniger die gleichen Forderungen. So, das können wir hier jetzt einfach auch mal kurz überspringen. Das hatte ich mir zwar angemarkert, aber das können wir einfach mal überspringen. Und dann kommen wir hier zu dem Punkt, nämlich man will einfach IT-Technik nutzen, um den Aufbau der Ladeinfrastruktur besser zu planen. Also hier zum Beispiel anonymisierte Daten zu bekommen, wo private Elektrofahrzeuge denn zugelassen werden, um letztlich nachher die Netzplanung auch zu vereinfachen. Dann, auch sehr spannend, ich hatte es vorhin schon angesprochen, nämlich das Thema, gibt es vielleicht eine Neuauflage vom KfW-Programm 440? Das wird hier im Prinzip auch gefordert. Allerdings unter anderen Rahmenbedingungen, nämlich werden hier technische und rechtliche Grundlagen für die Steuerbarkeit gefordert. Bisher war das ja so, dass eine Ladebox, die ihr euch gekauft habt, über das Förderprogramm irgendwie steuerbar sein musste. Aber wie genau und was da eigentlich jetzt genau sein soll, war nicht klar. Und jetzt wird hier gesagt, dann müssen wir jetzt endlich mal eine rechtliche Grundlagen und technische Grundlagen schaffen. Also auch hier eine Standardisierung, dass dann auch nicht jeder Netzbetreiber sagen kann, ich möchte das über LTE steuern. Und der Nächste sagt, ich will es hart abschalten. Und der Dritte sagt, ich schicke da einen Techniker jeden Tag hin, der die Ladebox rauf und runter regelt. Keine Ahnung. Das ist natürlich alles kompletter Unfug. Das muss genormt werden, dass das bundesweit einheitlich ist und fertig ist, die Geschichte. Das haben sie aber eben über viele Jahre nicht geschafft. Und ja, es braucht anscheinend einen neuen Anlauf dazu. Dann haben wir hier auch den Punkt Netzintegration von Batteriespeichern als eine schnelle Alternative zum Netzausbau. Ach, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wer hätte das vermutet? Dann geht es um das private Laden. Wie gesagt, auch hier nochmal die Forderung, das 440er KfW-Programm neu aufzulegen. Gebäuderichtlinien, GEIC haben wir auch darüber berichtet, soll zügig umgesetzt werden. Und alle Bundesbehörden, habe ich mal angemarkert, mit den dazugehörigen Parkflächen sollen mit Ladeinfrastruktur zur dienstlichen und privaten Nutzung ausgestattet werden. Tja, klar. Irgendwo müssen die Fahrzeuge ja geladen werden. Und wenn der Bund das schon fordert, dann kann er doch auch mal selber vorangehen und das machen. Ist ja nicht so schwer. Ist ja nicht so, dass es das noch nie irgendwie gegeben hat. Hier dann ist auch nochmal das Thema Schwerlastverkehr angesprochen. Ladeinfrastrukturplanung für E-LKW, Verfügbarkeit geeigneter Flächen. Also letztlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir Tankstellen abbauen und dort Mega-Charger hinbauen. Ich glaube, da führt dann letztlich gar kein Weg mehr dran vorbei. So, und das war es, glaube ich. Dann gibt es noch flankierende Maßnahmen. Implementierung von der ISO 15118. Darüber haben wir auch schon berichtet. Also da geht es um Plug-and-Charge. Die Bundesförderung für Plug-in-Hybride soll entsprechend angepasst werden. Und das finde ich jetzt spannend hier. Die sagen nämlich nicht nur, dass es darum geht, den elektrischen Nutzungsgrad zu steigern, sondern sie sagen auch noch, in Zukunft werden nur noch Plug-in-Hybride gefördert, die dreiphasig und mit 11 kW laden können. Das heißt also, Plug-in-Hybride brauchen in Zukunft also eine höhere Reichweite, 60 Kilometer nach WLTP im Moment, 80 in zwei oder drei Jahren. Sie müssen, sagen wir mal, ich habe jetzt schnellladefähig, wollte ich sagen. Das ist nicht richtig. Aber sie müssen beschleunigtes, also naja, normal laden bis 11 kW können. Also der klassische Plug-in-Hybrid, der da mit 3,7 kW an so einer öffentlichen Ladestation nuckelt, das muss passé sein. Und eben entsprechend muss der elektrische Nutzungsgrad höher werden. Also die Schlinge zieht sich um die Plug-in-Hybride so ein bisschen zu. Und natürlich auch eine diskriminierungsfreie Ausweisung aller öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur in den Navigationssystemen der Fahrzeuge. Klar, das finde ich auch gar keine schlechte Idee, dass das tatsächlich gefordert wird, dass die Hersteller das umsetzen müssen. Und das wäre es dann also aus dem Positionspapier des BDEW. Abschaffung Nachtfahrverbot wird dann hier noch gefordert für E-Lkw und eine rechtliche Anpassung zur Attraktivitätssteigerung für die elektrischen Antriebe im Schwerlastverkehr. Also ich finde es bemerkenswert, dass wie oft hier in diesen beiden Positionspapieren gesagt wird, es muss alles entbürokratisiert werden, es muss alles wesentlich schneller gehen, es muss alles mitgedacht werden. Und wir hören hier wirklich vermehrt das ganze Thema und lesen vermehrt das ganze Thema Güterverkehr, elektrischer Güterverkehr, Schnellladenetz für E-Lkw und so weiter. Das ist ja klar. Ich meine, Deutschland ist ein Transitland. Hier fahren Fahrzeuge von West nach Ost, von Nord nach Süd hin und her und das werden zunehmend Elektro-Lkw sein. Und irgendwann werden die Speditionen sagen, naja, also ich meine, was weiß ich, eine Spedition in Dänemark, die wird sagen, wir wollen ja auch mal Richtung Norditalien fahren. Wo können wir denn in Deutschland laden? Und das wäre ja wohl peinlich, hoch 5, wenn man dann sagt, ja, wir haben da hinten einen 50-KW-Lader, da kann euer Fahrer dann mal 20 Stunden Pause machen. Also das kann nicht sein. Okay, das also zu diesen beiden Positionspapieren. Hier war also auch schon jetzt auch eine ganze Menge drin für uns Privatnutzer, was sich hier auch verändern und hoffentlich verbessern soll. Und gerade für uns Privatnutzer ist natürlich der Punkt Ladeinfrastruktur im Bereich der Wohngebäude unheimlich wichtig. Denn viele von euch sind vielleicht Mieter oder Wohnungseigentümer, tragen sich mit dem Gedanken, sich ein Elektrofahrzeug zuzulegen oder haben das tatsächlich auch schon gemacht, aber sagen natürlich, naja, das Laden an der öffentlichen Ladeinfrastruktur, das ist halt so ein bisschen wie so ein Lade, da kommt man sich so vor wie so ein Nomade. Ja, man zieht von einer Ladestation zur nächsten richtig Freude und Spaß macht das nicht. Warum kann ich denn nicht bei mir zu Hause einfach laden? Da habe ich einen Parkplatz zum Beispiel in der Tiefgarage oder in irgendeinem Art Carport oder so. Warum läuft das irgendwie nicht? Und der Verband der Elektro- und Digitalindustrie, ZVEI, die haben zusammen mit unter anderem dem VDA einen Leitfaden rausgegeben für die Wohnungswirtschaft, wie man denn Ladeinfrastruktur schaffen kann. Und das möchte ich euch auch nochmal vorstellen. Und weil nämlich daran aus meiner Sicht deutlich wird, dass es eben, was ich am Anfang schon gesagt habe, die Lösung, wir machen das über Schnellladehubs, also sprich Tankstellen denken für Elektrofahrzeuge, nicht funktionieren wird. Das wird nicht funktionieren, das ist eine Lösung, das ist ein Baustein und das wird man in Anspruch nehmen, aber wie gesagt, das wird nicht das Problem lösen und das ist nicht attraktiv genug. Und es ist auch technisch nicht so, wie sich das viele vorstellen, dass man da im Winter bei minus 10 Grad mal für 10 Minuten an den Schnellladehub fährt und dann für 200 Kilometer Reichweite hat. Ihr wisst alle, die ein Elektroauto haben, dass das nicht funktioniert. Deswegen müssen wir wohnortnahes laden. Wir haben auch oft schon darüber berichtet und gesprochen. Und in diesem Leitfaden gibt es spannende Hinweise dazu. Also los geht's. Habt ihr noch genügend Popcorn? Wenn nicht, steht nochmal schnell auf und holt euch noch einen kleinen Nachschub. Im Vorwort wird das schon angekündigt. Nämlich da steht, den einzigen oder perfekten Weg, die benötigte Ladeinfrastruktur aufzubauen, den gibt es nicht. Punkt. Kann man stehen lassen, habe ich eben gesagt. Dennoch sollte jetzt eine unternehmensindividuelle Strategie entwickelt werden, denn wir wissen alle, dass Umbauprozesse Zeit benötigen. Dabei kann das Potenzial an vermietbaren Stellplätzen durch Ladeinfrastruktur möglicherweise noch deutlich gesteigert werden. Also es geht nicht nur darum, Ladeinfrastruktur zu schaffen, sondern vielleicht daraus auch noch Geld zu machen. Aber das ist ja auch in Ordnung. So, die Vorworte der mitbeteiligten Unternehmen überspringen wir. Hier ist auch mal wieder Frau Müller vom VDA. Hat sich hier auch reingeschleust irgendwie und es geht los. Hier wird nochmal die Herausforderung und die Probleme beschrieben. Nämlich, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr in so einem Mehrfamilienhaus wohnt, dann ist es klar, da gibt es eben für mehrere Wohnungen, was weiß ich, 6, 8, 10, 20 Wohnungen, gibt es einen Stromanschluss. Der hat eine bestimmte Kapazität, der reicht für die Wohnungen. Dann geht man davon aus, dass dieser 100 Prozent dieser Anschlusskapazität im Durchschnitt zu ungefähr 60 Prozent ausgelastet werden. Man spricht also von einem sogenannten Gleichheitsfaktor, der eben nicht bei 1 liegt, sondern nur bei 0,6. Da ist also immer noch ein bisschen Puffer mit drin. Und ja, jetzt kommt eben, was weiß ich, vielleicht dann demnächst mal die Wärmepumpen dazu. Jetzt kommen dann auch die Elektrofahrzeuge dazu. Und jetzt muss man gucken, wie geht man mit dieser Situation jetzt um, denn neuen Stromanschluss legen zusätzlich ist wahnsinnig teuer. Was gibt es da für Möglichkeiten? Also um diesen Problemrahmen dreht sich das irgendwie alles. An den Pkw-Stellplätzen brauchen wir Ladeinfrastruktur mit den typischen Ladeleistungen von 3,7 bis 11 kW. Ich glaube, es könnte sogar weniger sogar sein, 2 kW, aber okay, von 3,7 bis 11 kW braucht man hier Ladeinfrastruktur. Und wenn wir eben jetzt zum Beispiel anfangen, dort zum Beispiel Wallboxen zu installieren und jede Wallbox bietet 11 kW, dann ist klar, dass man dann diese Reserve, diese Reservekapazität, die man an so einem Anschluss noch hat, ganz schnell ausgeschöpft hat, obwohl vielleicht gar nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig laden. Und hier braucht es intelligente Lösungen, dass man das entsprechend nutzen kann. So, und welche Szenarien bieten sich denn jetzt? Es werden vier Szenarien genannt, die sich ergeben können. Ich zoome das hier mal noch ein bisschen für euch ran. Nämlich das erste Szenario ist, man nutzt eben sozusagen diese Reserve, die man in diesem Anschluss hat, die bisher nicht genutzt wird und sagt, okay, wir haben eine Reserve X und die teilen wir durch 11 kW und dann kommt ein ganzzahliger Wert raus, der wird entsprechend abgerundet und dann kann man vielleicht, stellt man fest, man kann da 3, 5 oder keine Ahnung wie viele Wallboxen an die Wand schrauben und die Leute können daran laden. Das ist die absolute Mindestanforderung, die hier definiert wird. Aber ihr merkt schon, was mache ich denn, wenn ich eine Tiefgarage habe, wo 30, 40 Autos parken, aber diese Reserve stur aufgeteilt auf 11 kW-Boxen als Beispiel reicht nur für 5 Autos. Was machen wir denn mit den übligen 35 Parkplätzen? Die haben dann Pech gehabt oder wie machen wir das? Da müssen wir eine Lösung finden. Das zweite Szenario, man nutzt ein sogenanntes Last, dynamisches Lastmanagement und dieses dynamische Lastmanagement funktioniert halt so, man nimmt diese Reserve und sagt, okay, das ist diese Reserve, die ich habe, hängt hinten praktisch eine beliebige Anzahl an Wallboxen dran, aber es gibt eine Zwischensteuerung, die sagt, okay, diese Reserve, die wird jetzt auf diese Wallboxen intelligent aufgeteilt. Entweder geht das einfach so wie so ein Ticketsystem nach und nach oder man teilt es intelligent auf, also der erste bekommt volle Leistung, der nächste, wenn es dann zwei sind, dann halbiert sich das und so weiter und so fort. Und wenn man nicht mehr genügend hat, um mindestens 3,7 anzubieten, dann müssen eben die Fahrzeuge hinten in so eine Warteschlange kommen und warten, bis ganz vorne das erste Fahrzeug irgendwo oder in der Mitte das erste Fahrzeug irgendwo geladen ist. Das ist ein dynamisches Lastmanagement und hier bieten sich dann natürlich Wallboxen an, die eine Umschaltmöglichkeit haben, einen auf 3-phasig, also das heißt sogar schon mit 1-phasig 6 Ampere, das sind knapp über 1000 Watt, 1001,2 kW laden können. Das ist wenig, aber das ist besser als gar nichts und wie gesagt, da ja nie alle Fahrzeuge gleichzeitig laden und auch nie alle Fahrzeuge gleichzeitig schnell laden, ist also der Fall, dass man dann eben mit so einer kleinen Laderate beglückt wird, relativ gering, aber es würde gehen. Und das heißt also, das ist ein dynamisches System und der nächste Vorteil, der auch noch dazu kommt, ist, dass ja zum Beispiel über Nacht, also sagen wir mal von gefühlt 23 Uhr bis morgens um 5, halb 6, ja relativ wenig Strom in diesem Haus gebraucht wird, die Leute schlafen überwiegend, sodass dann nicht nur diese Reserve, sondern fast schon die gesamte Kapazität genutzt werden kann und damit plötzlich vielleicht aus einer Reserve von vielleicht nur 30 kW plötzlich 80 kW werden und ich in dieser Zeit also viel mehr Kilowattstunden in die Autos laden kann als tagsüber. Aber auch tagsüber, wenn vielleicht Teile der Bewohner dann außer Haus sind, sie sind einkaufen, sie sind arbeiten, was auch immer, steht auch wieder eine höhere Kapazität zur Verfügung. Also ich nehme immer die gesamte zur Verfügung stehende Kapazität, die nicht gerade im Haus gebraucht wird, um sie auf die Autos zu verteilen. Und ich glaube, ihr merkt jetzt schon, was für einen enormen Vorteil so ein dynamisches Lastmanagement hat im Vergleich zu einem statischen oder zu gar keinem Lastmanagement. Dann Szenario Nummer 3 ist ein zweiter Netzanschluss. Hier wird also ein zusätzlicher Netzanschluss gelegt, was natürlich die höchsten Kosten mit sich bringt. Also aufbuddeln, Netzanschluss legen, Antragsverfahren beim Netzbetreiber und und und. Und kostet, dauert, kommt eigentlich fast überhaupt nicht in Frage und wird letztlich hier auch nicht empfohlen in diesem Papier. Und das Letzte ist das Szenario Nummer 4. Und hier nimmt man nämlich jetzt auch, und deswegen habe ich das ja auch hier mit reingenommen, das Thema bidirektionales Laden mit auf. Berücksichtigt also gleich, dass die Möglichkeit vorhanden ist, dass Fahrzeuge ja auch die Energie, die sie nachts aufgenommen haben, dann auch wieder an andere Fahrzeuge weitergeben könnten. Das Ganze jetzt noch kombiniert mit einer PV-Anlage und einem Speicher, hört sich nach einer leckeren Sache an. So, an dieser Grafik gehen wir mal einen beispielhaften Weg durch, wie man das jetzt ermitteln kann, welches Szenario jetzt in Frage kommt. Also nehmen wir mal an, wir wollen Wallboxen bauen, dann stellen wir fest, unser Netzanschluss trägt eine zusätzliche Leistung. Wunderbar, dann ist es schon mal sehr gut, dann können wir gleich hier zum Punkt kommen, Festlegung des Messkonzeptes. Wenn wir sagen nein, dann müssen wir entweder den Netzanschluss erweitern, Kabel austauschen, oder einen zweiten Netzanschluss machen oder eben dynamisches Lastmanagement nutzen. Dann geht es hier weiter, können wir Reserven nutzen, brauchen wir zusätzliches, können wir neue Ladepunkte schaffen. Also mit diesem Diagramm hier kann der Beauftragte, die Beauftragte, die das plant, mal so ganz einfach checken, welches Szenario kommt denn eigentlich für mein Wohngebäude in Frage. Dann guckt man sich die einzelnen Ablaufpunkte an, die werden hier dann nochmal entsprechend aufgeführt und hier wird auch nochmal ganz klar gesagt, die Zukunft sichere Ladeinfrastruktur, ich zoome euch das mal hier ein bisschen an, basiert eben also auf Mode 3 Wallboxen, also ganz klassischen Wallboxen mit einem dreiphasigen Anschluss. Wie gesagt, möglichst auch noch eine Wallbox, die von 1 auf 3 phasig umschalten kann. Also ja, die sagen kann, im optimalen Fall lädst du mit 11 kW, aber wenn es nicht geht, kann es eben runtergehen bis 1 phasig 1,2 kW. Dann betrachtet man hier eben die entsprechend benötigten Ladeleistungen. Bei BEVs liegen die irgendwo heute standardmäßig zwischen 7,4, 11 bis maximal 22 kW. 22 kW wird man wahrscheinlich hier gar nicht mehr irgendwie abbilden und bei den Plugins ist es halt doch noch so, dass die im Moment eher 1 bis 2 phasig laden, in Zukunft, aber das haben wir ja gerade auch gehört, wahrscheinlich sogar 3 phasig laden werden. So, dann kommen wir zu dem Gleichzeitigkeitsfaktor, auch eine sehr spannende Sache, nämlich es wird gesagt, dass je größer die Anzahl der Ladepunkte ist, der Gleichzeitigkeitsfaktor immer weiter absinkt und das ist auch klar und ich erinnere an unsere Videos zum Beispiel mit der NBW bzw. mit der Netze BW, die diese Feldversuche ja auch schon durchgeführt haben und weiter durchführen und die festgestellt haben, also selbst eine Tiefgarage mit, was waren das, 50, 52 Ladepunkten können theoretisch mit einem 22 kW-Anschluss so versorgt werden, dass niemand einen Komforteinbußen irgendwie hat und je mehr Fahrzeuge sozusagen an einer Stelle an einem Anschluss sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die alle gleichzeitig laden. Also eigentlich ist es gut, dass man, nein andersrum gesagt, eigentlich muss man gerade vor großen Parkplatzanlagen weniger Angst haben als vor kleinen, denn da werden die Fahrzeuge eher gleichzeitig laden und je größer der Parkplatz ist, desto stärker verteilt sich das. So, dann werden hier nochmal bestimmte Beispiele genannt. Ich hatte das schon so ein bisschen, schon das alles schon ein bisschen einbezogen in die Dinge, die ich schon erzählt habe. Da geht es dann nochmal um das statische Lastmanagement, um das dynamische Lastmanagement. Hier nochmal eine schöne Berechnung, 10 Stunden Stellzeit am Ladepunkt. Also man nimmt hier an, dass eine Stellzeit, sagen wir mal, von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens so Durchschnitt ist, dann sind das 10 Stunden im Durchschnitt und wenn man das geschickt mit einem dynamischen Lastmanagement macht, dann kann man, wenn normalerweise eben 30 kW-Leistung zur Verfügung stehen, plötzlich tatsächlich 300 kWh nachts verladen mit so einem intelligenten System und das ist schon echt krass. Und wenn man das jetzt mal runterbricht auf einen täglichen Bedarf von ungefähr 8,2 kWh bei einem Verbrauch von 20 kWh pro 100 km, dann kann man also dort 36 Fahrzeuge versorgen. Krass. Und deswegen habe ich da auch das Ausrufezeichen rangemacht. Also Fazit Nummer 1 ist ganz klar, hier muss mit einem dynamischen Lastmanagement gearbeitet werden. Dann gibt es nochmal was zum Gleichzeitigkeitsfaktor, was ich eben auch gesagt habe. Je mehr Fahrzeuge laden, desto besser eigentlich und desto einfacher wird die Geschichte. Hier ist nochmal der Gleichzeitigkeitsfaktor grafisch dargestellt. Das ist klar, bei 0 bzw. einem Fahrzeug tendiert er eben auf 1 und je mehr Ladestationen sind, desto geringer wird dieser Gleichzeitigkeitsfaktor. Dann gibt es in diesem Dokument Tipps und Tricks. Welche Szenarien sind denn besonders gut? Was kann man denn jetzt machen, wenn also hier eben nochmal, sorry, ich war eben zu weit, das Thema unbedingt Mode 3, Wallboxen mit Typ 2 Stecker und maximal 11 kW zu installieren. Dann wird nochmal das Szenario angesprochen. Was machen wir denn, wenn jetzt der Netzanschluss doch irgendwie erweitert werden soll? Welche Varianten, welche Möglichkeiten gibt es denn? Das muss ja nicht immer gleich ein neuer Stromanschluss gelegt werden. Es kann auch sein, dass man einfach den Netzanschluss erweitert, dass man das Kabel austauscht oder dass, wenn es ganz hart auf hart kommt, tatsächlich ein weiterer Netzanschluss gelegt werden muss. So, und das gibt dann natürlich auch noch weitere Vorteile, wenn man tatsächlich einen neuen Netzanschluss macht. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. So, dann geht es hier um die Installationsorte, um die Abrechnung. Was gibt es für Möglichkeiten, das Ganze anzuschließen? Da bleiben wir mal stehen. Also es bieten sich drei Möglichkeiten an. Nämlich einmal geht man sozusagen von den Wohnungszählern zu den Wallboxen. Das ist sicherlich die einfachste Variante. Oder man geht direkt vom Verteilnetzanschluss an die Wallboxen mit Zählern, die dann also einen eigenen Zähler brauchen. Oder, und das ist wahrscheinlich das, was man in der Regel machen wird. Man wird wahrscheinlich aus meiner Sicht einen Abzweig machen. Da kommt ein Summenzähler hin und an jeder Wallbox ist ein MID-Zähler drin. Und das hat den ganz, ganz, ganz großen Vorteil, dass man nämlich dann an dem Punkt hier, wo man einen neuen Zähler, einen neuen Summenzähler setzt, auch die Möglichkeit hat, einen anderen Tarif und einen anderen Versorger zu wählen. Ich sage gleich, was ich damit meine. Ich gehe nochmal den Schritt zurück. Hier ist es so, dass jeder Wohnungseigentümer oder jeder Mieter, da die Wallbox ja an seinem eigenen Zähler angeschlossen ist, einen eigenen Strom-Differanten sich auswählen kann. Also meinetwegen Ökostrom, Ökostrom, Kernenergie, was auch immer derjenige gerade eben möchte. Auch die Abrechnung ist sicherlich ganz einfach, weil das wird einfach über den Wohnungsstromverbrauch abgerechnet. Hier braucht man auf jeden Fall einen Backend-Betreiber, weil man ist ja außerhalb des Gebäudes. Hier müssen die Wallboxen also an dem Backend angeschlossen sein. Und hier ist es so, dass man dieser Zähler zählt. Das ist der Stromanschluss. Hier läuft, hier muss man sich auf einen Stromanbieter einigen. Jeder bekommt dann in seiner Wallbox einen geeichten Zähler und dann zählt man das zusammen. Dann muss das die Summe ergeben. Hier wird dann individuell abgerechnet. Aber hier gibt es noch einen weiteren Vorteil. Denn hier könnte sich jetzt die Hausgemeinschaft oder die Wohnungswirtschaft einigen und sagen, wir machen da gar keinen normalen Anschluss. Wir machen da einen Anschluss nach Energiewirtschaftsgesetz 14a, also unterbrechbar ein-, zweimal am Tag und bieten dann eben entsprechend bessere Ladetarife an. Vielleicht kann sich ja die Gemeinschaft dann darauf einigen und sagen, okay, wir verzichten eben darauf, so wie bei mir, vormittags, nachmittags für 90 Minuten laden zu können, können aber dafür in den übrigen Zeiten zu 30% günstigerem Tarifen laden. Das, die Möglichkeit, die bleibt dann, die eröffnet sich dann und die sollte man durchaus in Betracht ziehen. Denn ob man 28 oder 20 Cent für die Kilowattstunde bezahlt oder 30 statt 40, wie auch immer, macht natürlich auf Dauer schon einen riesen Unterschied. So, das wird dann hier nochmal ein bisschen erläutert. Die einzelnen Vor- und Nachteile. Tatsächlich wird diese Anschlussvariante, also die erste Anschlussvariante, dass man also an die Wohnungszähler geht, die wird empfohlen und die dritte Variante wird empfohlen. Das ist dann diese Variante hier. Die wird ganz, ganz klar empfohlen, auch wenn es hier die Einschränkung gibt, dass man sich nicht mehr für seine Wallbox individuell für einen Stromanbieter entscheiden kann. Man muss sich dann auf einen gemeinsam einigen, aber hat eben weitere Möglichkeiten, die sonst nicht sind. Die MID-Zähler in der Wallbox bieten dann natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Dienstwagenabrechnung zu machen. Das ist auch sicherlich für viele in Zukunft ganz, ganz wichtig. So, dann wird erklärt, warum braucht man ein Lastmanagement nochmal? Warum braucht man ein Backend? Das, wie gesagt, ist nicht immer alles nötig. Die ökonomischen Aspekte. Und hier wird nochmal ganz klar gesagt, das private Normalladen über Nacht stellt eine wesentliche Säule der elektromobilen Zukunft dar. Richtig. Ich habe es vorhin schon gesagt, man kann es gar nicht oft genug sagen. Also dieses, ich sage es jetzt nochmal, Denken, nur Denken in reinen Schnellladehubs wird nicht funktionieren, ist nicht praxisorientiert. Wir brauchen dieses wohnortnahe Laden in der Tiefgarage, am Stellplatz, neben dem Haus, wo auch immer. Da müssen die Wallboxen hängen. Da kann ich mein Auto entspannt anschließen. Und dann wird auch der Letzte sagen, na, wenn ich bei mir zu Hause laden kann, warum soll ich dann weiter tanken fahren? Bin ich bekloppt? Ja. Gut. Ja, dann gilt nochmal, hier gibt es nochmal Förderung, Beispielrechnungen und so weiter und so fort. Das ist alles nicht mehr so wahnsinnig interessant oder beziehungsweise es geht dann extrem ins Detail, was jetzt für uns als normalen Menschen gar nicht mehr so wichtig ist. Hier sind nochmal ein paar Beispielrechnungen. Die würde ich immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, ob so eine Beispielrechnung dann auch tatsächlich stimmt. Letztlich kommt dabei raus, dass man für so einen Ladepunkt in einem Mehrfamilienhaus ungefähr 5000 Euro investieren muss. Das scheint jetzt erstmal ganz schön viel Geld, aber wenn man sich überlegt, im klassischen Einfamilienhaus liegt man irgendwo zwischen 1500 und 2000 Euro. Förderung jetzt mal außer Acht. In dem Mehrfamilienhaus ist deutlich mehr zu machen. Es sind hohe Anforderungen zu erfüllen. Es muss viel gebaut werden. Es muss wahrscheinlich viel Kabel verlegt werden. Dementsprechend ist es einfach ein bisschen teurer. Wir hatten ja auch in einem der Positionspapiere vorhin, dass das auch gefördert werden soll als Forderung drin. Aber es wird nicht anders gehen. Und letztlich jeder, der mit Wohnungswirtschaft zu tun hat und ein neues Haus plant oder umfangreiche Sanierungen plant, der wäre wahrscheinlich mit dem Puderdeckel gezuckert, wenn er daran nicht von Anfang an denken würde, sondern irgendwann dann denkt, ach, ich rüste das mal nach. Nachrüsten ist immer teurer als alles andere. So, okay. Also, langes, langes Video. Ihr merkt, es tut sich sehr, sehr viel im Bereich Ladeinfrastruktur. Wir sind durch das Thema noch lange nicht durch. Es fließen aber immer mehr Erfahrungen ein. Das finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir jetzt hier wirklich Strom geben, um auch insbesondere für Mieter und Wohnungseigentümer das Laden zu ermöglichen und dass für alle das Laden auch im öffentlichen Bereich in Zukunft noch einfacher und noch besser wird, als es das jetzt sowieso schon ist, eben durch die Dinge, die ich vorhin genannt habe. Wenn ihr jetzt alles das noch mal im Detail nachlesen wollt, dann checkt einfach die Links, die wir euch hier in den Shownotes unten reinstellen. Und sollte bei euch zum Beispiel in eurer Wohnungseigentümergenossenschaft oder in eurer Mietshaus schon das Thema diskutiert worden sein und ihr vielleicht auch schon dort Möglichkeiten habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, wie das bei euch umgesetzt wurde. Bin ich sehr gespannt. Lasst uns da ein bisschen in den Austausch kommen. Freue ich mich sehr drauf. Ansonsten danke für euer Sitzfleisch. Ich hatte kein Popcorn und nichts zu trinken. Das hole ich jetzt nach und ich wünsche euch alles Schöne bis zum nächsten Mal und sage von meiner Couch. Ciao, ciao.